Zeit, um einen neuen Tag anzufangen. Zeit, um in die Gänge zu kommen und mehr vom Leben zu haben. Zeit, gemeinsam anzupacken. Zeit, um einem netten Menschen seine Zeit zu schenken. Zeit, um durch diesen Gang zu gehen. Oder diesen. Oder diesen. Hauptsache weiterzukommen. Zeit für Begegnungen, Betreuungen, Beziehungen, Belohnungen. Zeit, um sauber zu machen und Dampf abzulassen. Oder Zeit, um einfach mal die Architektur zu geniessen. Lotto! 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 Und schon ist wieder Mittagszeit. Für die Pflegung für uns Mitarbeitern, die ist super günstig. Zeit für die deckte Veranda. Ah nein, es ist nur Zeit für den Herstalder zum Blumen gießen. Ist Zeit für ein Stückchen Kuchen, Herstalder? Zeit, aktiv zu sein. Im Grünen durchzuschnaufen. Neuen Menschen zu begegnen. Oder auch einfach Zeit, um kurz auszurufen. So oder so ist jetzt Zeit, nach Hause zu gehen. Um morgen wieder voll motiviert anzupacken. Ist es nicht an der Zeit, um mehr vom Leben zu haben? Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Musik 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 Musik